Berlin, 30. April 1945 Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Ich hocke in meinem Bunker, mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luftwaffe ist futsch, die Marine, das Heer der Zweite Weltkrieg. Macht keinen Spaß mehr. Kapitulation, ey, da halte ich nichts davon. Ich habe über mir drei Meter Stahlbeton. Kapitulation, nö, nö, mir bleibt doch Blondie und ne Flasche Rosé. Adolf, du alte Nazisau, kapitulier doch endlich. Adolf, du alte Nazisau. Das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere? Adolf, du alte Nazisau. Ich kapituliere doch niemals. Adolf, du Sau. Ich bin mit 53 Ländern im Kriegssustand und die Bomben nicht auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomber verbinden Nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bombenteppiche werfen. Keiner hört mehr auf mich. Jeder macht, was er will. Und hinter allem steckt dieser Churchill. Das tut weh, das tut weh. Ich steh allein da mit Blondie und ne Flasche Rosé. Adolf, du alte Nazisau. Kapitulier doch endlich. Nein, ich kapituliere nicht. Du alte Nazisau. Ich kapituliere niemals. Adolf, du alte Nazisau. Das kommt überhaupt nicht in Gebiete, dass sich der Churchill hinterher noch ins Fäustel lacht. Nein, dieser Churchill. Ich kapituliere nicht. Ich kapituliere niemals. Nein, das ist sowas. Ist ja gut, Blondie. Ist ja gut, Blondie. Ja, wir kapitulieren nicht. Nein, keine Angst. Nein, wir werden den Krieg vielleicht sogar noch gewinnen. Dankeschön. Bin auch ganz zuversichtlich. Eigentlich. Ach, es kommt der Abspann. No, bald am Mörs. Mhm. So, so. Halt! Das ist ja viel zu schnell. Warte, nochmal zurück. Halt! Hm. Na ja. Das ist alles auf Englisch. Komos. GFB. Großer Führerbunker. Das ist ja nicht festgeschrieben.